ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von shikiru shadow die twice kurz den damen vergessen hoch da war jemand ich glaube ich wurde entdeckt ich verstecke mich hier ein bisschen die kommen mir hier ja gut das mit dem bogenschützen ist jetzt kacke ist überhaupt kacke dass die mich überhaupt gesehen haben weil da so ein typ in der ecke lag so nicht so nicht überraschung kommt da der nächste hundi an überraschung okay die hundis sind wir schon mal losgeworden auf dem dach da hinten ist ein natürlich sieht er mich sofort warum sollte es auch anders sein aber so sichtbar bin ich doch gar nicht ich meine ich schleiche durch die gegend als ob die da genau hinsehen und wissen dass ich da bin ich muss diesen bogenschützen loswerden sobald sie mich nicht mehr sehen der kann gar nicht wissen wenn der weiß wo ich lang kletterte der den wallhackern weißt du was ich geh ein stück weiter weg das macht es jetzt nicht besser kann ich endlich die tür aufmachen so jetzt müsst ihr mich vergessen haben er guckt nicht in diese richtung jetzt hole ich mir den typen jetzt hole ich ihn mir ernsthaft oh gott das hat er nach mir geschwissen zu dritt viert oh gott das will oh gott da ist ja noch mehr okay wenn ihr alleine kommt ist das gar kein problem oh gott der mit der fackel easy ja kein problem okay der da auf dem boden hängt der wird höchstwahrscheinlich eine halbe stunde brauchen um aufzustehen deswegen gehen wir da zuerst hin also nicht auf ihn sondern auf den anderen ne logischerweise und ich weiß dass hier noch einer ist oder war den hatten wir ja gesehen als wir flüchtig hier vorbeigerannt sind okay der ist die sind besoffen können die überhaupt noch kämpfen der bemerkt mich ja nicht mal vor dem hatte ich Angst reines öl wenn das gefäß zerbricht wird alles in der nähe mit öl bedeckt in öl gewadete feinde können leicht im brenn gesteckt werden so dass ihre vitalität durch feuerangriffe stärker geschwächt wird und sie anfälliger für status anomalie brennend sind ich habe auch noch keinen brennangriff medizin du bist ein held was sollte das denn werden kügelchen und hier kriege ich feuer flammenlauf ein eisenlauf der feuer spockt kann in der shinobi prothese als prothesenmodul genutzt werden es ist schwierig die wut der roten augen mit der kraft von menschen zu kontrollieren feuer ist jedoch überaus wirksam gegen sie sie sollen feuer mehr als alles andere fürchten gut jetzt haben wir auch das feuer wir haben öl und feuer perfekt jetzt müssen wir uns hier halt nochmal gründlich umsehen und alles kaputt machen ja super ja gut wir können endlich weiter gehen ich vermute mal in kürze wird auf uns der neue nächste boss warten ob das dieser stangengriff war also ich weiß wo so ein stangenputzi ist da werde ich es wahrscheinlich ein bisschen noch trainieren wer hat mich denn da gesehen ok zumindest wissen wir dass da hinten einer ist was ihr wertlosen bastarde seid gegrüßt ihr seid ein shinobi wenn ich mich nicht irre nehmt die shinobi axt aus aus dem tempel und spaltet ihnen ihre schädel bitte naja äh der dieb hat uns ja erzählt dass wir hier diesen lauf finden jetzt haben wir ihn wollte ich nur mal wind haben au wow das heißt hier kam der dieb her das war vor zwei jahren aber er hat uns ja von dieser erinnerung erzählt hast du gerade deine kollegen gerufen au shit no es brenneffekt the fuck oh das schlägt mehrfach zu ah kacke ah das ist ärgerlich ich habe einen geosophia schon verbraucht aus Versehen ne ne ist hier jemand nein vielleicht der geldbeutel brennen wir jetzt diesen tempel nieder anführer nein lass ihn weiter zum nächsten aber wenn es dort opfergaben gibt könnten wir sie zu juso summer bringen genug wir bestehen wo da nicht wie oft muss ich dir das noch sagen bis es in deinen dicken schädel geht bitte nicht wütend werden anführer es tut mir leid dass mein schädel so dick ist so du bist der anführer ja der anführer ist tot was willst du jetzt machen junger ernsthaft der angriff ist leider zu langsam kollege aber ich brenne nicht ich brenne erst wenn die anzeige voll ist shinobi axt des affen eine schwere schwarze eisenaxt die von shinobi verwendet wird wird in der shinobi prothese zum funktionsfähigen prothesen modul die gewaltige axt schneidet wenig sondern zerstört mit ihrem gewicht sie war einst die lieblingswaffe eines shinobi der als springende affe des versunkenen tals bekannt war er verlor sie zusammen mit seinem linken arm meine waffe oh wie seh ich denn aus das ist gruselig so wo gehen wir als nächstes hin leute ich weiß es nicht es ist viel zu offen hier ich muss eingesperrt werden in deinem spiel damit ich nicht hier irgendwo rumlaufe ok da geht es irgendwie rein bitte versucht euch nicht zu bewegen dadurch werden eure wunden noch schlimmer nein ich muss gehen unter den banditen befindet sich ein shinobi jäger er besitzt großes können wenn ich mich ihm nicht stelle kommt nicht in frage nicht in eurem zustand oh oh shinobi gegen shinobi es ist schon cool ja ihr seid der shinobi des jungen meisters ja wozu seid ihr gut man hat nichts von euch gesehen als hier alles vor die hunde ging moment sagt mir dass ihr sie nicht selbst hierher geführt habt der zeitpunkt ihres angriffs war perfekt normalerweise hätten diese banditen keine chance gehabt ja ja ihr müsst es gewesen sein sterbt sterbt verräter ja ich habe für eine sekunde gedacht da kommt jemand jetzt herausgeschissen und versucht mich zu töten ja ihr seid ihr naja gut der hat nichts zu sagen ich glaube nicht dass ich es war aber glaub was du willst kollege wer 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 seid ihr ich bin kein dieb ihr ihr gehört zum jungen herrn oh dem himmel sei dank edler shinobi diese dreckigen banditen haben es auf den jungen herrn abgesehen sie haben bereits den hügel erklommen und das anwesen in brand gesteckt sieht aus als gäbe es für den jungen herrn keine fluchtmöglichkeit ich flehe euch an shinobi rettet den jungen herrn ich vertraue euch das an moment mal wir haben ja geschlafen ne wir haben aber jetzt nicht zwei jahre lang geschlafen oder weil dann wären wir jetzt an dem punkt wo der herr äh quasi entführt worden ist was auch irgendwie passt weil wir waren ja nicht da ein starkes gegenmittel das vom clan des versunkenen tals erschaffen wurde heilt die status anomalie gift ich hoffe dass euch das hilft das werde ich das ist ja danke gesagt ein brunnen da ist bestimmt ein geheimnis naja gut zumindest sind die hier in sicherheit und ich wette da oben ist irgendwas oben ist immer irgendwas ich glaube nicht dass wir darauf kommen ne das sieht nicht so aus oh schilde ach du scheiße gehen wir erstmal hier rüber bist du der händler ja tatsächlich das ist der hinter er ist wieder da ich grüße euch mein herr erbeutet ihr auch gerne dinge mein herr ihr seht aus wie ein shinobi glaube ich such dir was bestimmtes aber egal ich war bereits vor euch hier seid wachsam dort draußen ach das ist da wo wir ihn getroffen haben übrigens auf dem weg hierher habe ich eine dreistöckige pagode auf einer klippe entdeckt eine wirklich edle pagode ich wette dass dort irgendein schatz versteckt ist muss einfach zumindest glaube ich das auf einer klippe ich grüße euch mein herr seid wachsam dort draußen auf dem weg hierher auf dem weg hierher die frage ist auch von wo kamst du eine pagode auf der klippe ach das ist ein Huhn ich wollte gerade sagen was ist das denn Gokhans Konfekt Konfekt der shinobi Jäger des Misen Tempels von Gokhan gesegnet reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung kümmern wir uns um den Gokkel der ist aber auch riesig ne großes großes Viech oh Gott Vogelalarm Vogelalarm oh oh das sind viele Vögel die schreien hier einfach nur rum die schreien hier einfach nur rum oh Gott sterbt beide bitte ok willst du noch du Riesen Gokkel was habt ihr überhaupt gegen mich? ich habe euch nichts getan sind auch irgendwo ein Riesen Gokkel? ne die wurden wahrscheinlich alle gewarnt was achso ich konnte mich da an die Wand wieder heften Kügelchen na gut dann müssen wir ja jetzt was wenn wir hier langlaufen wo kommen wir da an? wo kommen wir da an? hm öh da sind ja die drei ne? hm was zum warte mal äh Handy sag mir was eine Pagode ist äh Pagode ok ok das ist so ein Turm wie ein Pokémon wo Ho-Oh ist ok das ist so ein Turm wie ein Pokémon wo Ho-Oh ist also ich habe bisher keine Pagode gesehen hier etwa ja gut laufen wir weiter vielleicht finden wir noch eine komm bitte sack mit sich hoch komme es ist knapp ja die haben Schilde das ist unfair ach da komme ich nicht hoch ich muss den offensichtlichen Weg nehmen wie zum Teufel wechsle ich die Prothesen Module ich habe sie offensichtlich schon einmal geschafft ich kann andere T-backen äh schön darum geht es jetzt hier nicht ich würde gerne Shinobi Module wechseln aber ich weiß nicht wie aber ich weiß nicht wie jetzt habe ich sie immer noch ach ja wenn du alleine her kommst ist alles gut ja da 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 dir kommt keiner zu Hilfe komm her hör mir bloß weg mit deiner Flamme ich glaube der hat es gemerkt okay nur du nur du ganz alleine komm ach das wird ja dauernd bis er hier ist gibt es überhaupt einen Knopf zum wechseln von der Scheiße kommst du jetzt jetzt habe ich den drin ja hm bei dich komm hopp ich weiß noch nicht wie ich gegen Schildkämpfer äh antreten soll aber wir werden es ja schon sehen ja komm ach komm ich hatte dich fast wisst ihr Schildträger sind scheiße alles Pussys kann ich an dir vorbeischleichen höchstwahrscheinlich nicht ist da hinten noch irgendjemand da kann ich hier frei kämpfen glaub ich kann hier frei kämpfen WTF kann ich dich denn blocken jetzt mach was ja wenn ich was mache machst du auch was ist klar okay der braucht Ewigkeiten zum angreifen das ist nicht gut 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 du bist langweilig jetzt mach doch was ich ich blocke ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich gegen die da trinken soll ja der kontert mich direkt und der der macht einfach so scheiß langsame Angriffe dass man ja freu dich dass man da nicht mit klarkommt der ist einfach zu langsam jetzt komm doch mal ich werde sterben für Gottes Willen ich werde sterben weißt du was leck mich wo ist der nächste save point wo ist der nächste save point oh guck mal da ist ein priester ja ja ich werde Könnte ich ins Wasser springen oder sterbe ich da? Ich weiß es halt. Man weiß es nicht. Wirklich viel weiter entfernt bin ich jetzt nicht. Könnte ich es einfach mal testen? Okay, ich teste es. Okay, da könnte ich hoch. Ah, das ist wahrscheinlich falls man hier runterfällt, oder? Oder ist das hier ein Schleichweg? Ne, das ist falls man runterfällt. Ich hatte kurz gedacht, irgendwie ein Delfin oder so hat mich gesehen. Keine Ahnung. Das wirkte gerade sehr seltsam. Wo kommen wir denn hier, wenn wir dem Wasserverlauf folgen? Holy Shit! Ich bin tot, wenn die mich berühren. Was ist denn das? Ich habe auch überhaupt kein Leben, um gegen die zu kämpfen. Ich habe überhaupt gar kein Leben. Wann habe ich denn all mein Leben verloren? Durch was? Ich meine, klar, ich hatte irgendwie noch 10%, aber die 10% habe ich jetzt auch noch verloren. Komm, rechnen wir uns erstmal am Schildträger. Er hat es verdient. Die Fische mögen mich echt nicht. So, hier habe ich mal versucht, durchzulaufen. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel zu verlieren. Ich laufe mal kurz durch bis zum nächsten Savepoint. D-d-d-d-d-d. Wuh! Hallo, Lanzenträger. Stoßangriffe können nicht geblockt werden, dafür aber pariert. Mit dem Mikiri-Konter kannst du auch Stoßangriffe kontern und bei erfolgreicher Durchführung der feindlichen Haltung mehr Schaden zufügen als mit gewöhnlichen Parieren. Da war eh ein Nebel. Naja. Oh, ach ja, stimmt. Ich kann ja aufstehen. Ich bin dann mal wieder weg. Shinobi-Jäger? Okay. Also, da ist irgendein Dickerer noch dabei. Das heißt, wir laufen auf jeden Fall mal zurück. Da wir hier eh alles schon erkundet haben, können wir gleich auf jeden Fall abkürzen. Dafür müssen wir auf dieses Dach, oder? Von hier aus dürfte ich doch... Obwohl, sieht nicht so aus, als könnte ich von da aus da hinkommen. Wo bin ich? Ach, da ist der Safe Point. Ui. Alles klar. Rasten wir mal. So, Fähigkeiten erwerben. Wir haben die Möglichkeit, noch den Wirbelwind zu erlernen. Flugparieren. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Flugparieren. Ermöglicht abwehren oder parieren feindlicher Angriff in der Luft. Kanonen und andere Projektilwaffen fügen zielen in der Luft zusätzlich Schaden zu. Diese Technik kann diesen Schaden verhindern. Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen. Gewährt die latente Fähigkeit Shinobi-Karma-Körper. Erhöht die maximale Anzahl an Geister-Emblemen, die du besitzen kannst. Ja, also... So wichtig ist das jetzt nicht. Beim Sprinten gleiten. Gleite am Ende eines Sprints und geh in die Hocke. Ja, wieso nicht? Shinobi-Blick. Gewährt die latente Fähigkeit Shinobi-Blick, die den Schaden für die Haltung nach einem erfolgreichen Bikiri-Konter erhöht. What? Äh... Die Augen eines Shinobi ahnen immer die Bewegung einer Klinge voraus. Auch dann gefasst zu sein, wenn man Angst vor einer scharfen Klinge hat, ist der Schlüssel zum Sieg. Weiß. So, das heißt, wenn ich das hier mache, äh... wird es stärker. Alles klar. Hauch des Lebens. Gewährt die latente Fähigkeit Hauch des Lebens. Licht. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder her. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit, durchzuatmen. Ein Shinobi kann Körper- und Geistdurchatmung sogar beim Töten beruhigen. So kann er mehr Feinde töten. Das ist cool. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall auf Flugparieren gehen. Ne, das geht nicht. Wir müssen hier rauf gehen. Und dann darauf. Ach. Das ist ein Mist. Gewährt die latente Fähigkeit Geräuschunterdrückung. Eine latente Fähigkeit, die Bewegungsgeräusche unterdrückt, indem sie das Hörvermögen eines Feindes hemmt. Lautloses Fortbewegen macht ein Shinobi aus. Und gewährt die Shinobi-Kampfkunst übersprungen. Eine Shinobi-Kampfkunst, mit der man hinter einen Feind mit durchbrochener Haltung gelangt. Diese Kampfkunstechnik ermöglicht den Ansatz von Hinterrücks Todesschlägen mitten im Kampf, ohne getan zu sein. Ja, aber wenn die Haltung am Arsch ist, kann ich doch sowieso einen Todesschlag machen. Was ist denn da das Problem? Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann mal schauen. Vielleicht werden wir noch mal kurz reisen. Wir sind ja im China-Umland ja noch nicht fertig. Zudem möchte ich gerne auf jeden Fall hier hin. Und ich werde jetzt ein bisschen offscreen dahin gehen und gucken, wie man das mit diesen Parieren macht, weil da ja so ein Lanzenträger sich versteckt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.